hi meine youtube fans willkommen auf meinem kanal endlich mal wieder neues video ich habe euch ja versprochen ich mache ich mache ein neues video wenn ich die haare gefärbt habe hier könnt ihr genauer gucken es ist schokobrauen ja es sieht aus als ob es schwarz wäre aber es ist nicht schwarz ja und ich habe leider kein schnetschap oder wie das heißt ich werde ich werde mir auch kein schnetschap mehr runterladen das heißt wenn ich so wie ich es will ach ja herr meyer hat auch ein video nennt sich dominik meyer youtube kanal ja und ich werde es euch auch verlinken den kanal was soll ich sagen diese hat meine freundin also die isabella rot hat auf glaube ich auf dieser kanal auf isas kanal ich glaube auf isabella ich werde euch den kanal verlinken wo sie die meisten videos hat weil die hat heute ein paar neue videos hochgeladen könnt ihr auch drauf gucken wenn ihr wollt ja und ich hoffe es gefällt euch die videos mir haben sie gefallen von musical ja und heute bin ich eigentlich immer noch bei ihr wie gesagt bis ende der ferien heute gucken mir was läuft man heute im film sich dienstext auf dem haus und glücken das werde ich heute mal gucken danach die bauretter und dann war es das eigentlich auch schon morgen fahren wir zu bekannten also zu meiner freundin ihrer schwester und das war es eigentlich auch schon wenn es euch gefallen hat würde ich mich freuen auf den daumen hoch ich hoffe über morgen kommt sogar mein neues handy ich hoffe wenn es euch noch mit zehn oder 20 like 20 oder 30 likes hoch daumen hoch würde ich können kann ich ja wissen ob ihr es gefällt wenn ich das auspacke mit euch aber egal wenn es euch gefallen hat ein daumen hoch würde mich freuen abonnieren nicht vergessen das war's mir nix von verpassen wollt von mir das war's tschüss